Mh, leckere Süßigkeiten. Wie unverschämt, einfach von den Gästen die Süßigkeiten zu essen. Hallo, wo sind wir? Hallo, ihr seid im Süßigkeitenland. Wie heißt ihr? Hi, ich heiße Lilly und mein Bruder heißt Tom. Hallo, mein Name ist Oreo. Von wo kommt ihr? Wir sind vom Buch gekommen. Hallo, wo sind wir denn gelandet? Hallo, ihr seid im Süßigkeitenland. Juhu! In dem Gelände.